hallo insektenfreunde ja endlich mal wieder neues youtube video ich freue mich riesig drauf ja ihr habt vielleicht mitbekommen ich habe eine neue website gemacht und die ist jetzt endlich live ja und ich kann mich endlich wieder um andere dinge kümmern unter anderem youtube videos und ja ich starte direkt mal mit der neuen playlist und zwar geht es um verschiedene arten und ja da habe ich richtig bock drauf und ja ich hoffe ja auch ja und die erste art die ihr hier sehen könnt ja ich gehe mal davon aus die fortgeschrittenen asselhalter haben schon lange erkannt das was ihr hier seht im video das ist eine porcelio hasi und das szenario wo da beobachten könnt ist relativ häufig anzutreffen in zuchtbehältern und zwar sitzen die in gruppen unter totholz in dem fall es kann aber auch ja moos sein oder auch laub wo die anzutreffen sind und da warten die in der regel den tag ab und kommen dann raus sobald es dämmert ja die tiere kommen aus spanien um genauer zu sein aus saragossa ich habe in meiner haltungsbeschreibung auf meiner seite einmal die fundorte in einer karte dargestellt und da ist natürlich wichtig finde wie sind die klimatischen bedingungen dort vor ort habe ich auch meine klimatabelle aus dem internet rauszogen um einfach mal aufzuzeigen ja wie viele regentage sind da wie ist eigentlich die temperatur dort und wenn ihr wisst ja wenn er im sommer im wald geht ist es dort immer kühler und da leben die tiere auch von dem her können wir da einen gesunden mittelwert nehmen da liegt so bei 24 25 grad und also bei mir ist es einfach ganz normale zimmertemperatur ohne heizung und ich mache auch keine dia pause sprich ich gehe im winter nicht mit der temperatur runter das erträgt die art wirklich gut da braucht ihr euch keine sorgen machen da habe ich ein paar impressionen aus dem wald in saragossa und da seht ihr da sieht es nicht wirklich anders aus wie bei uns es gibt buchenwälder und ja es ist viel laub auf dem boden viel totholz auf dem boden also ja von den bedingungen im asselzuchtbehälter mit waldhumus mit laub mit totholz und moose müssen wir da nicht anders drauf eingehen wir ein bisschen auf die temperatur ein bisschen eingehen und auf die regentage sprich auf die luftfeuchtigkeit wie viele porcelioarten mache ich da nur eine kleine feuchte ecke rein ins terrarium und der rest lasse ich so trocken dadurch dass es natürlich ein geschlossenes behältnis ist mit einer belüftung ist trocken nicht gleich komplett durch getrocknet sondern eher so tabakfeucht so könnt es euch vorstellen und in einer ecke ein bisschen feuchter aber das reicht auch da müsst ihr wirklich nicht übertreiben die kommen nicht aus dem regenwald sondern da ist einfach weniger wasser einfach auch ab und zu mal mehr ja und wie ihr jetzt schon öfters im video gesehen habt sind ja welche braun von der grundfärbung her manche grau und da kann man jetzt ein farbexperiment starten und einfach mal sagen okay mensch ich tue mal alle braun raus in eine extra zuchtbox rein und guck mal dass ich einen reinen braun gelben stamm hinbekommen das schafft man auch indem man einfach immer wieder die jungasseln aussortiert wie grau mit drin haben und so kann man da einfach ein bisschen experimentieren das habe ich übrigens im vorfeld auch schon mit den gelben punkten gemacht die sind in der natur nicht ganz so stark das ist die high yellow form das heißt wir wurden schon extrem gelb gezüchtet aber dieses spiel kann man einfach noch weiter fortsetzen ja an der stelle in kleinen tipp von mir das ist meine feuchte ecke da würde ich einfach mal ein stück holzgrillkohle platzieren das verhindert die schimmelbildung an der stelle da die tiere auch gern klettern habe ich da immer die in der diagonale in ast platziert und da können eigentlich ganz schön sehen wie die den abnagen ich nehme mal erste wo extra noch mal flechten dran sind das mögen sie besonders gern und natürlich könnte auch laub mit rein da habt ihr ein beispiel wie die das runterfressen bis 100 zum gerippe und ja das ist also die grundnahrung die in jedem asselbecken vorhanden sein sollen ja die zucht ist relativ unkompliziert bei den tieren wenn er die parameter einhaltet wie er jetzt weil sie gelernt habt oder schon wusste dann ist danach wuchs ganz automatisch da die entwicklungszeit ist ein bisschen länger wie bei anderen arten die dauert so circa neun monate also vom schlupf bis zum adulten tier und daher dauert es schon ein bisschen bis ich so ein zuchtbehälter ein bisschen einspielt und bis man mal wirklich auch mal so viele jungtiere hat dass man die auch abgeben kann so jetzt sind wir doch schon fast am ende vom video wenn euch die tiere auch wirklich begeistert haben und quallen haben ich habe gerade welche zur abgabe da poste ich euch unten mal einen link in die beschreibung rein und ich freue mich auf jeden fall mal aufs nächste video mit euch zusammen und wenn ihr auch bock drauf habt ja dann wisst ihr ja bescheid ja abonniert meinen kanal und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne woche erholt euch gut bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal